Recht herzlich willkommen zur 93. Folge von Avarion. Ja, jetzt sitzen wir hier an unserer Drohne und sind letzte Runde ja vom Server runtergeflogen irgendwie. Keine Ahnung warum. Wir haben auf jeden Fall unser Schiff verlassen. Ich weiß nicht warum, aber wir können definitiv hier irgendwo... Das ist jetzt unsere Drohne, irgendwo ist aber unser Schiff noch. Das habe ich letztes Mal noch geguckt. Hier unten wird es angezeigt. Das heißt wir müssen jetzt gucken, dass wir da wahrscheinlich hinfliegen und dann wieder einsteigen. Ja, es ist auch so, dass wir letztes Mal hier oben schon waren. Wir sind wieder hier wohl gesprungen oder sowas. Deswegen sitzen wir jetzt an einer anderen Stelle. Okay, das ist halt so gelaufen. Ja, jetzt ist die Frage was wir machen. Taktische Karte verlassen und ich glaube wir werden jetzt erstmal zuschauen, dass wir... Wo war denn jetzt unser Schiff? Gute Frage, ne? Komm jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Gas. Dahin ist es, okay. Dann fliegen wir da erstmal hin und steigen wieder da rein. Und ja, ist die gute Frage, warum wir rausgeflogen sind. Keine Ahnung. Mir ist war jetzt nichts Besonderes aufgefallen, dass da was passiert ist. Aber naja, man weiß ja nie, ne? Ja, das dauert jetzt natürlich ewig dahin, oder wie sehe ich das? Okay, jetzt kriegen wir schon die Möglichkeit, das auszuwählen, oder was? Ja. 43.000 fliegen schon mit Vollgas. 300 Sekunden schafft die Drohne. 40.000, ne? Dauert eine Weile, bis wir da sind. Bisschen ärgerlich, ne? Aber was willst du denn machen? Besser so, als wie du dein Schiff verloren hast, ne? Wir haben Lasermodule an Bord und Antigraf-Einheiten. Okay. Die Mini-Drohne fliegt dahin. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Ist das alles so klappt hier? 30 noch. Eine ganze Weile, bis wir da sind. Könnten wir auch umgekehrt machen, weiß ich gar nicht. Wir müssten eigentlich da auch F interagieren können. Befehle. Mich eskortieren. Und dann steht... Ach ja, da ist kein Kapitän drauf. Alles klar, wir fliegen also weiter dahin. Deswegen geht das nicht. Das ist ja echt schade. Das heißt, wir müssen noch 25 Kilometer fliegen, da. Ja, da unten. Was ist das? Wicht sich einer ganz schön flott, ne? Naja. Das Handelsmodul wollten wir ja einbauen. Tja, aber das war auch weiter oben auf der Karte. Müssen wir mal gucken, dass wir erstmal hier in unser Schiff kommen. Gucken, ob das dann auch noch ganz normal alles ist oder dass da nichts kaputt ist, ne? So, noch 7 und 6 Kilometer geht, ne? Wir kommen näher. 4, 3, 2, und da können wir einsteigen, oder? Bisschen näher. Tee wie einsteigen. Gut, jetzt sind wir in unserem Schiff. Und können wir jetzt schauen mal gerade, was da so los ist. Ja, das Modul ist da. Der Detektor war da. Überraumsprung mal raus. Und, ja, das funktioniert jetzt alles, ne? Handelssystem sagt jetzt was. Die Edelmetallmine, da kann man was, ja, super, oder? An die Grafeinheiten könnte man hier loswerden. Da haben wir ja 18. Lohnt sich aber nicht. So, jetzt müssen wir nur mal gerade gucken hier. Auf die Taktikkarte gehen wir mal gerade. Da waren ja so ein paar Ausrufungszeichen da. So wie dieses da. Die brauchen Silber. Ist jetzt nicht so interessant für uns. Da unten ist noch einer. Gucken wir da nochmal an. Was hat der? Aluminium. Muss ich also auch nicht so wirklich. Mal rauszoomen. Ja, jetzt haben wir schon den Salat. Ich glaube, der hier ist aber der, den wir jetzt noch anklicken müssen. Schatzspread. Und 40 Antigraf-Einheiten. Mehr haben wir nur 18. Das ist unser Problem. Wir müssen jetzt erstmal Antigraf-Einheiten nachholen, sozusagen, ne? Was haben wir denn hier so? Omegafabrik. Oh, Omegafabrik. Gibt's denn hier irgendwo Antigraf-Einheiten? Temperatur-Dock. Nee. Carbon-Extraktor. Äh, die gibt's hier auch gar nicht, ne? Dann müssten wir sowas mal produzieren. Sourcen-Handels-Posten, Handels-Posten. Ja. Da ist nix. Da ist nix, da auch nix. Öl-Rafinerie, Sonar-Milch-Produktion. Wertstoff-Hof. Ja, auch nix. Handels-Posten. Handels-Posten. Alles nix. Computer-Kombinanten-Fabrik, okay. Ja. Ganz viele Handels-Posten hier, ne? Fusions-Kern-Fabrik, okay. Solarkraftwerk, Gaskolben. Ja, gut. Ach, da ist unsere Station mit dem Ölbohr-Turm, ne? Da müssten wir auch noch überlegen, was wir damit machen, ne? Da ist nix. Ja. Gehen wir erst mal wieder das Modul hier ausbauen, brauchen wir nicht so wirklich. Das war falsch, wir müssen erst mal da. Hä? Ich glaube, wir haben ein Problem, oder? Jetzt haben wir nur noch diese drei Module, oder was? Ich glaube, wir hatten ein paar mehr, oder? Wo sind die denn geblieben, bitteschön? Ja. Ach, das war nur runtergescrollt. Alles klar. Dann ist ja gut, ne? Dann geht's ja wieder. So, jetzt, äh... Kontum-Hyper-Raum-Sprung. Da rein. Den brauchen wir jetzt gerade auch nicht, oder? Oder hatte der hier was entdeckt? Nein, ne? Ne. Dann heißt das den zweiten auch noch da rein. Und dann... Können wir P verlassen. Und dann gucken wir uns nochmal auf der Karte um und sehen, dass wir ganz weit springen können. Das ist schon mal cool. Aber wohin ist die Frage? Grüne Blübs sind natürlich auch gerade nicht da. Schiff von die... Ein Schiff von... Die Handgegner. Okay, achso. Ne, dann wollen wir auch gar nicht da hin. Kernwahr nach oben, ne? Gut. Dann müssen wir mal genau überlegen. Erstens, Riegelfabrik. Ressourcendepot. Jetzt haben wir hier. Handels-Ressourcendepot. Eneralien-Extraktor. Altmetallhändler. Hm. Da war ja Sack. Also brauchen wir auch nicht wirklich hinfliegen dann, ne? Ich spring jetzt mal hier hin. Ja. Richten wir da aus. Und dann fliegen wir da hin. Und gucken, wie wir davon aus weiterkommen. Und weg sind wir. Und von da aus können wir dann... Hier zum Beispiel hinfliegen. Eis-Mine-Ressourcendepot. Eder-Metall. Computer-Komponenten. Ja, komm, lass uns mal hier hinfliegen, weil da ist noch so ein greener Blip. Und dann kommen wir da lang. Ein paar Sekunden brauchen wir noch, bis wir da hin können. Drei, zwei, eins, go. Das hat geklappt. Da ist schon ein Habitat vor uns, genau. Schiffswerft gibt's hier. Ja. Irgendwann, nirgendwo ist das hier im Endeffekt. Das war die Schiffswerft, ne? Habitat. Guck mal, hier gibt's ein Ding ins Ausrüstungs-Dock. Äh... F. Gucken wir mal rein, was die... Ausrüstungshandelsmäßig in der Wiese drin. Satelliter. Ein Bergbausystem in Orange. Das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Xanion. Generator-Upgrade. Dribbs-Upgrade. Frachtturm-Upgrade. Maschinengeschützturm. Was ist denn auch nicht? Tesla-Jäger. Pardon. Das ist nur gerade. Ocelot, Klaas, Kinetik, Torpedo. Das sind Sachen, die wir verkaufen können, ne? Doppeltitan-Upgrade geschützt haben. Ich glaube, wir fliegen da mal gerade hin. Docken da an und gucken, was wir da verkaufen oder auch so, ne? Da sind Docking-Punkt-Stick. Docking-Ports, ne? Sagen wir es mal so. Also, ne, da müssen wir noch einen Tappen dran, damit das klappt mit dem F. So, jetzt haben wir das geschafft. Äh, Ausrüstung waren. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier loswerden wollen. Ja, den verkaufen wir jetzt. Reparaturgeschützturm. Hört sich natürlich cool an, ne? Den machen wir auch weg. Den Gravitationsgeschützturm fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Kanonengeschützturm. Weg. Doppelkanonengeschützturm. Weg. Flakgeschützturm. Weg. Der Doppeltesla-Geschützturm und Doppelmaschinengeschützturm. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Müssen wir noch mal reingucken. Bergbausystem. Schildbooster. Geschütztkontrollsystem. Antriebsupgrade. Radarupgrade. Fortgeschrittene Hasshandelssystem. Detektoren, ne? Könnte man natürlich auch noch sammeln und dann bei so einer Forschungsgeschichte das machen, ne? Noch mehr auf der Seite, ja. Den verkaufen wir. Standardshandelssystem. Ja, komm, zack. Die beiden Sachen auch noch weg. Brauchen wir nicht. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld gemacht dadurch. Stellt sich nur gerade die Frage. Ne, nicht Baummodus. B ist das auch wieder gewesen. Reingucken. Doppel-Nanonit Bergbaugeschützturm. Doppel-Tesla-Geschützturm. Das würde jetzt bedeuten, dass wir da nur noch was verkaufen können, ne? Doppel-Maschinen-Geschützturm. Doppel-Maschinen-Geschützturm. Doppel-Tal. Ich glaube, wir sollten mal dieses hier anvisieren, weil da noch so ein grüner Blip ist. Der interessiert mich hier jetzt auch noch. Und was haben wir hier noch in dem System dann? Das Militärstation, ne? Was wollen die haben? Sektor-Erkunden, einfach. Da habe ich jetzt aber keine Lust zu. Da haben wir noch was. Wir raten greifen in den Sektoren. Transformatoren sind da gefragt. Da ist noch was. Da oben sind die Piraten. Gold wird hier gevernangt. Und da ist auch noch die Dingens. Das ist auch schon die Werft, die vielleicht noch was braucht. Solarpanels, okay. Ja, die greifen an, aber die werden da auch schon in Schach gehalten. Demokratik, klein auf, okay, das ist ein Hauptquartier. Da gibt's aber nix, gut. So, das heißt, wir gucken, dass wir den Sprung dann anvisieren. Shift zeigt in die falsche Richtung, gut. Das war also noch ein Moment. Okay, was haben wir hier jetzt gerade? Reparatur-Dock. Ressourcenknappe, Antricksaggregate brauchen die, okay. Da gibt's auch noch Aufgaben. Fusionskerne sind da verlangt. Die da hinten, das Biotop hat was zu gebrauchen. 150 Essen, okay. Gucken wir mal noch rein hier. Da ist noch eine Militärstation. Biotop hatten wir, das hatten wir wahrscheinlich schon. Das ist nur noch die Militärstation, die noch hier ist. Gucken wir mal, was die noch haben wollten. Munition und Sektor-Erkunden ist gefragt, okay. Ausrüstungs-Dock haben wir hier noch. Gucken wir da mal gerade rein. Torpedos sind das. Das kennen wir schon. Point Defense, Jäger. Tesla-Geschütztum. Quantum-Hyporom-Upgrade. Generator-Upgrade. Naja, das sind jetzt nicht so tolle Dinge, die die haben, ne? Das wäre natürlich... Ja. Kann man damit... Eigentlich müsste man überlegen, dass man 5 von diesen Quantum-Dingern kriegt. Dann kriegt man vielleicht einen Supersprung, ne? Das ist ja schon nicht schlecht jetzt, aber... Lassen wir mal, ne? Da waren wir schon. Jetzt wäre noch da der Blip. Ich glaube, wir springen mal hier so hin. Damit wir Richtung unserer Station mal wieder kommen. Und die angucken, was da Sache ist. Wir müssen dann ja auch mal irgendwie so ein Schiff haben, was handelt, ne? Wo unser Öl dann... ...hin gebracht wird, ne? Da ist natürlich jetzt der... ...Dingens Riss hier im Weg, dass wir da nicht vorbeispringen konnten, ne? Das passt schon in die Richtung. 14 Sekunden haben wir aber noch. Ne, das glaubt nix, ne? Nein, wir sind alleine. Vier Sekunden. Drei, zwei, eins, go. So, jetzt... Ne, da kommen wir noch nicht mal hin. Wie doof ist das denn jetzt? Wollen wir so nach da unten springen, oder was? Das ist ja echt doof. Na, denn... Berechnet ist er, aber wir haben noch sechs Sekunden zu warten. Und dann springen wir weiter. So, jetzt kommen wir da auch hin, ne? Solar, 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 Gaskolben. Ja, komm, zack. Die Koordinaten eingegeben. Ausgerichtet. Und dann geht's da gleich hin. Ja. Sprung wurde jetzt berechnet. Und dann können wir sogar da hinspringen. So. Jetzt geht's zu unserem Station. Das ist er da oben jetzt. Also, keine Energie mehr. Rumpf Antrieb verbraucht alle Energie. Das ist schlecht. 3, 2, 1, 0. Und jetzt können wir springen. Geht das? Geht wohl. Schilde schützen mich nicht vor Kollisionen. Ja, das ist... Schade, ne? Oh, das dauert ein bisschen lange. Hat aber noch geklappt. Ich hätte schon Sorgen. Da ist jetzt unser Ölbohr-Turm. Verkauft der eigentlich was? Rohöl. Okay, 601 wird gefördert. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Lass uns mal gucken, dass wir hier irgendwo hinfliegen. Da gibt's die Tarn, sehe ich gerade. Eigentlich müssten wir mal schauen, dass wir noch ein Schiff bauen. Was ist das da? Soll... OXO-Tarn-Schiff, okay. Tun keinem was, ne? Dann ist das ja auch gut so, oder? Okay. Jetzt müssten wir mal gucken. Hier haben wir dann auch irgendwie was drauf gebaut, meine ich. Geschütztürme, oder sowas, ne? Irgendwie war da was. Okay, auf jeden Fall sind wir hier. Gut, und... Es ist keine Erlaubnis, dieses Schiff zu betreten. Okay, da wird's jetzt gehen, ne? Wir wollen erstmal interagieren. Groove-Fracht-Däger, transferieren. Was war das jetzt gerade? Bauen, Befehle, betreten. Das gefällt mir jetzt gerade nicht, dass da hier irgendwo was passiert. Wo sind denn diese Geräusche? Ist der da? Oh, der wird geschossen. Das ist dann Xolta, ne? Xothan. Der beschießt den Frachter da oben. Hm, gefällt mir natürlich jetzt gar nicht. Hm. Ja, okay. Aber, wir bleiben erstmal hier kurz und machen hier eine Pause. Ich denke, die Folge soll's reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.